Nachdem ich heute aber 10 Minuten Parkplatz suchen musste, war klar, ich brauche Smart. Und da ich meinen alten Smart besonders vermisse, es war nämlich eine Berlin Edition, bin ich natürlich gerne bereit dazu, was zu sagen, weil es auch mit Berlin zu sagen wird. An den anderen schreibe ich bestimmt was ran. Wo hast du denn dein Smart verloren? In Berlin. Und wie geht das, ein Auto zu verlieren? Wie soll das gehen? Wie verliert man denn ein Auto? Ich habe schon sehr viel verloren, aber noch kein Auto. Wie nicht? Du bist denn da weggekommen? Achso, na gut, ja und was denn sonst.